Achtung, für die Mission Cash Retrieval benötigt ihr zwei Marker, die ihr schon in eurem Postfach findet. Am besten startet ihr bei der Landing Zone Charlie 2, kämpft euch Richtung Warenhaus vor. Dort auf der Rückseite des Gebäudes gibt es einen kleinen Schuppen, in dem sich die Kiste befindet. Markiert diese mit einem der Marker. Vom Warenhaus kämpft ihr euch zum Holzlagerplatz vor. Dort müsst ihr nicht mal in diesen hineingehen, sondern durch die silberne Tür in dem Gebäude daneben. Auch dort findet ihr wieder eine Kiste, welche ihr mit dem Marker markieren könnt. Geht dann wieder zu Charlie 2 zurück. Viel Spaß in Greystone Warfare, euer Cuny. Geht dann wieder zu Charlie 2, kämpft euch zum Holzlagerplatz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.